Ich habe Eugen Freund eigentlich nie persönlich kennengelernt. Aber durch seine zahlreichen Auftritte am Fernsehen, Moderationen, Kommentare, kommt mir vor, dass ich diesen Mann schon viele Jahre kenne. Und ich glaube, dass es sehr wenige Politiker und Journalisten gibt, die so eine reiche, vielfältige, internationale und auch österreichische Erfahrung haben wie Eugen Freund.